Wir werden das. Wir werden das. Wir werden und wir tun und wir lassen, ja. Momentan stand unser Hauptheld Choco alias Laszlo, Stufe 32, Reinhold 27 mit Zuber 27 und Rita 27, also alle so in der, ja, gleichermaßen Ausführung. Und, ja, du siehst was, nehme ich mal an. Was war das jetzt? Ah, ich bin gerade dabei, wie gesagt, um mich anzumelden. Ja, aber du siehst was, meine ich. Ich habe dir Bildschirm übertragen. Ja, sehen tue ich was. Danke, das wollte ich nur wissen, weil dann können wir starten und ich wünsche der lieben Nathalie Eilertan einen wunderschönen guten Abend. Hallo, leider kein Professor Leighton heute, aber vielleicht können wir dich auch mit Zulikoten 4 ein bisschen aufheitern. Aufheitern. Ich sehe auch was, ich sehe auch was, ich sehe auch was, ich sehe auch was, ich sehe, sie sieht was, sie sieht was, oh mein Gott. Ja, na, passt, super. Sie ist nicht blind. Na, Gott sei Dank nicht, ja, das wäre ein bisschen fatal. Wie geht's nachher nicht? Ja, bitte, kannst du lesen, entschuldige. Vorsicht, die Aura, sie kommt auf uns zu. Welche Aura? Welche Aura? Welche Aura? Der Vorbot in der Hölle. Wow, siehst du hässlich aus. Haben wir was anderes erwartet? Nein. Ja, Leute, neuer Gegner, die Wache. Die Wache, die Katz, so. Was haben wir denn nicht hier? Nein, du greifst normal an. Was hast du Schönes? Greif da mal alle normal an. Schauen wir uns nicht mal an, was der so aushält. Ja, 300 Mal, das ist schlecht, danke. Haut rauf! Ja, mit Supermacho ordentlich Damage, ne? Ja, den Schaden, den kann man lassen. So. Was hast du noch mal für ne Rune? Ne Donnerrune. Ohne Donnerrune, ja, die könnte ich auch bewahren. Ich glaub, das ist jetzt alles nicht so... Ja, hauen wir mal die tanzenden Flammen raus. Wie unfair, das ist die Klimaanlage. Das ist gemein, ich will auch ne Klimaanlage haben. Immer diese Cheater. Immer diese Cheater. Cheatlich, das ist das Klima. Sagte Klimaanlage auf ein besseres Klima auf der Welt? Scherz. Der war schlecht, ich weiß, danke. Klimaswinter. So, ich glaub, wir werden dann mal den... Na, ich glaub, heilen... Wie viel hat Rita jetzt verloren? Ich hab jetzt nicht aufgepasst. Ich hab auch nicht aufgepasst. Also, ich hab die Kavore drauf geachtet, besser gesagt. Ich sag ja nicht, wenn ich den Schaden hinbekomme, das dachte ich... Okay, Rita, ich halte hier mal so. Lass sie aber nur abends laufen wegen den Stromkosten. Ja, ist vorteilhaft, ja. Ist vorteilhaft. So. Und, das war's auch schon mit der Wache. Tschüss. Bye-bye. Ja, wortwörtlich bye-bye. Sie verschwindet. Oh, Platine halten, nice. Und Schmuck erhalten. Und tausend Potscher halten. Süß. Ja. Unglaublich. Ihr seid ja alle so stark. Puh, ein Glück. Also, was ich euch zeigen wollte, ist da vorne. Schnell. Schnell geht gar nichts. Wir gehen einmal speichern wieder, weil ich's kann eben. Also, überhaupt, wenn er mir so Befehle gibt, das mag ich gar nicht. Auch wenn ein kleiner Rotzbanger ist, ja. So geht das. Oh Gott, es wird ja bitte nett gekommen. Also, ich muss sagen, vor diesen Gegnern hab ich den größten Respekt. Die können richtig wehtun, wenn's drauf ankommt. Aber eins kann ich's nur sagen. Ich hab halt... Ja, ich war ja heute auch ein bisschen hier in der Runde drin. Und ich habe nicht anderen so viele Steine der Geschwindigkeit bekommen wie du. Wirklich? Ach, das ist... Das ist eben, weil ich... Ah, nein, sieben bis jetzt. Das ist, weil ich streame. Weil ich ein Streaming-Kind bin. Das wird's sein. Ich bin ein Streaming-Kind. Was heißt Hoppe Eilung? Hallo? Der Nächste, was mir anschafft, schaut er das an. Die schreibt da im Chat Hoppe Eilung. Hopp, hopp, hopp. Was ist? Ich bin euer... Kammerdiener, euer Sklave, oder was? Also... Ist ja Wahnsinn. Ich bin alt, hallo. Ich muss alles gemächlich machen, ja? Die Ruhe vor dem Sturm. So, Einhörner. An die Macht. Boing. Boah, meine Truppe. Tja. Wer kann, der kann, ne? Wer befehlen kann, der kann. Meine Truppe ist so toll im Ausweichen. Ich bin begeistert. Herrlich. Schau, die Gegner geben alle mehr Potsch als der Boss-Gegner gerade, ja? Das ist schon traurig. Das glaubt man gar nicht bei Mitsuba, die hatten einen recht schlechten Verteidigungs-Ausweichwert. Ja, aber ziemlich gut, ne? Witzige ist auch, weil der physische Verteidigungswert von Mitsuba ist schwächer als der magische Verteidigungswert. Wirklich? Ah, dann müssen wir sehen. Wo sieht man das, oder was? Ja, da haben wir ja K, A und M. Ah, ja, ja, okay. Ja, aber die Verteidigung mag ich Verteidigung. Aber ja, normale Angriffe sind schon besser als die Magie, ne? Ja, ja, natürlich, deutlich, deutlich. So, was haben wir hier? Feines Drinnen. Pilze, na, 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 für zwischendurch, damit wir besser sehen. Hm, Megamedizin, damit wir besser leben. Fluchtheile, ich meine, damit wir besser die Flucht antreten können. So, gut. Warum zurückgehen? Ja, so in der Art. Richtig. Sind für die Zukunft vielleicht nicht schlecht. So, für was bin ich zurückgegangen? Kann man das auch vielleicht lernen? So, ja, bevor wir hier ein bisschen Smalltalk machen, ganz wichtig, Leute, jetzt kommt's drauf an. Nicht mit der Dame reden. So, wir gehen zum Baum hin. Wir gehen zum Baum hin. Ja, wir gehen zum Baum hin und erhalten eine Schatzkarte. Und erst nach dieser Schatzkarte mit der Dame reden. Das hat einen besonderen Grund, den ich dann gleich erläutere. So. Now that we've gotten this far, we should be safe. He won't come in here. Everyone, thank you for your hard work. Rakuji, who are these people? Pika, Pikachu. Also dieses Emoji, das gefällt mir. Pikachu. Ja, das ist süß. Ist das selbst erstellt, oder ist das schon vorhanden? Irgendwann, das ist von anderen Streamern. Oder sowas. Ja, stimmt. Oh, stimmt. Stimmt. Visitors. They have a permit, just like they're supposed to. A permit. Does that mean you have been instructed by his majesty himself? Yes, he told us to come here. You have heard then, that the rune, which had once been enshrined in this very place, is no longer here. Ja. In a distant past, the rune became all-consuming to the lives of those who were unfortunate enough to bear it. It gradually passed from master to master. And once everyone else around had died, it is believed that the sole survivor breathed his last, sitting under this very tree. Mm-hmm. The cycle of tragedy apparently ended, when he was turned to stone, and its powers were set free in this place. No, it cannot be. On your left hand? Tja, ich bin eben ein Glückskind. Deswegen bringe ich dir dieses Geschenk. Wie kann das überhaupt sehen? Was ist die Handshall drüber? Sie hat, hast du nicht ihren starrend durchgehenden Blick gesehen? Sie kann wie so einen röntgen Blick durch Kleidung schauen. Und deswegen hat sie auch unseren Helden so angeschaut, weil er so gut gebaut ist, ne? Deswegen. Nein. Das wird sein. Was heißt, ja, ich glaube schon, hallo? Wir wissen schon, dass das die Runde der Bestrafung ist, aber ja. Nein, ich sage mal, ich stelle mich mal unwissend. Was für eine Runde der Bestrafung? Und da hast du die Erklärung. Die Aura macht es aus. Die Aura, ja. Da ist so ein roter Kreis, der mich umgibt, ja, wo das reine Böse vorhanden ist. Ja. Mom, Dad ist alive. Ich weiß es nur. Ja, 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 Vater lebt noch. Natürlich, Ratschki. Ja, ja. Oder Ratschki. Oder Ratschki. Du dummer Junge. Okay, okay. 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 Ich habe das. Ich bin, wenn ich mein Mannes überwachsen bin, habe ich es überwachsen. Nachdem, mein Mannes überwachsen. Warum hat er überwachsen, Sie fragen? Wir suchen uns in vain für die Grund. Und letztendlich, unser Weg hat uns hier. Mom? Ich wusste, natürlich, dass es kein Chance gibt, dass er überwachsen würde, für drei Jahre mit der Runde von Unwahrung. Du sagst, die Ruin konsumt sein Master's Leben? Wir haben Probleme mit dem Monster, also Probleme jetzt in dem sie nicht, aber wir haben massenweise Kämpfe gehabt, ja. Und der zweite, das zweite wäre, ich weiß, dass es ja anders auch noch ist. Wenn wir zum Beispiel Reinhard jetzt nicht mithätten, dann sagt ja wer anderes die Sätze, gell? Ja, bei mir hat es zum Beispiel Pola gesagt. Liegt das daran, an welcher Stelle der Charakter in der Truppe steht? Ich kann sagen, dass es daran liegt oder das ist ja bestimmt so, keine Ahnung, was da ist. Weißt du, was ich mich auch fragen würde? Theoretisch, ich würde es alleine mit dem Haupthelden, der ja stumm wie ein Fisch ist, bis hierher schaffen. Wer redet denn dann? Hängt sich dann das Spiel auf oder was? Interessante Frage. Das wäre auch eine Theorie. Also, mit dem Helden allein könnte man es mit genug Heil-Items auch bei dem Boss schaffen. Wieso nicht? Wenn man genug Mega-Medicine hat oder sowas oder eben Wasserrunde, macht man zwar 100 Damage, ich schätze mal der Gegner hat so 1500 gehabt, macht man 100 Damage zwei Runden lang, also 200 Damage und dann heilt man sich halt, dann wieder von vorne. Also, das wäre eine Theorie. Oder der König von Obel saust dann vorbei und schreit dann rüber, ihr sagt ja, die Rude verzerrt das Leben, ihr ist herrn. Keine Ahnung, also das wäre interessant. Das wollen wir mal austesten. Ja, das kannst du machen, du bist eh noch. Ah nein, du bist ja schon. Allerdings kann man das Problem ganz gut machen. Man kann ja den Ghost Golem machen, dann wieder zurückgehen. Richtig, die Truppe entfernen und dann weitergehen. Stimmt, ja? Das wäre die Idee. Erst, ich hätte richtig Bock, das zu testen, aber das will ich euch nicht antun. Sorry, Leute. Also, die Aufgabe übergebe ich dir. Ich hoffe, du hast einen Save noch. Nein, habe ich nicht. Verdammt, dann muss ich es doch machen. So, wurschtet gern, machen wir weiter. Ja, ich muss es akzeptieren. Das Fakt, dass die Rune hier ist, bedeutet, dass mein Mann tot ist. Ja. Was mir auch auffällt, ist, dass Rakaji und die anderen, Rakaji und die Frau vom, scheinbar dieselbe Herkunft haben wie Jewel. Die haben auch dieses Zweck auf dem Spiel. Ja, dass das selbe Dorf, ne? Also, dass das selbe Stamm hat, ne? Ja, ja. Das habe ich mir auch gedacht. Ich bilde mir sogar ein, bei der Kommentarbox später gibt es eine Bemerkung darüber. Sogar. Wenn ich mich nicht täusche. Also, ich lese die Kommentarboxen ziemlich gerne, weil da erfährst du auch so Hintergrundinfos teilweise, ja? Aber... Nein, aber man hätte auch mal testen können, dass man, wenn man mit Jewel hingeht oder was Bestimmtes kommt, keine Ahnung. Ne, du hast ja Jewel bei dir mitgehabt, ne? Ne, nur Paula habe ich im Team gehabt. Ach so, ah, okay, ja, Jewel, ja gut. Dann müsste man die am Anfang ja so auswählen, ne? Dann muss man am Anfang aufpassen, wen man in welche Truppe mitnimmt, damit die dann später joint, ne? Ja, Paula und Jewel habe ich ja mitgenommen. Ja, du, aber... Aber ich nicht. Doch, wie doch, wir haben Jewel und Kines mitgenommen. Wir? Ja. Ah, haben wir doch Jewel? Ernsthaft? Ja, wir haben Jewel und Kines. Ich habe eingebildet Paula, okay. Na gut, ja. Na wurscht, egal. Lassen wir das alles. Das sind nur Theorien, die sich die Zuschauer jetzt nicht hinter sind. So, warum den Baum vorher ansprechen, Leute? Teil 2 des Baumes, wir reden ihn nochmal an. Oder auch nicht. Ich habe ihn nicht gefunden, also bei mir war da nichts. Oh ja, es müsste jetzt noch was, aber der Kampf hat jetzt ein bisschen gestört. Nein, es gibt danach noch eine Schatzkarte und wenn man natürlich die erste Schatzkarte vor dem Gespräch natürlich den Baum nicht anspricht, dann geht die verloren. Weil du kriegst danach nur die eine Schatzkarte, die man jetzt bekommt. Ich habe die nämlich... Oder nicht? Ich habe keinen gefunden. Nee, hier ist keiner. Da muss aber eines sein, 100 pro. Oder später, wenn man das zweite Mal hier ist. Kann natürlich auch sein. Okay. Das kann ich mir jetzt nicht nur vorstellen. Weil einmal muss man hier nochmal hin. Okay, jetzt bin ich enttäuscht. Ich dachte wirklich, da... Hä? Ich habe mit... Hä? Okay. Habe ich mir mal eingebildet, dass da noch eine Karte wäre? Da ist es ja, aber dann ist Nidale vielleicht erst später da, wenn du das zweite Mal hier bist. Das kann natürlich sein. Moment, ich habe vage in Erinnerung, dass das gleich danach war. Oh, die bunte Eichhörnchen-Truppe. Hallo. Ich habe vor kurzem wie ein Eichhörnchen mit einer Stein der Stärke gedroppt. Was hat er gedroppt? Ein Stein der Stärke. Schön für die Stärke. Aber die Drogen ist ja selten, nicht nur die Steine. Also farben dauert sehr lange, wenn man da farben möchte. Jetzt bin ich enttäuscht. Oh, dann muss man jetzt danach noch einmal hin, aber... Oh, ich kriege meinen Ballon. Ich darf spielen. Willst du ihn mit ihm fliegen lassen? Nein, nein, das war mir eine Lehre damals schon. Tschüss. Okay, Leute, dann war es vielleicht entweder mein E-Tum oder... Wir müssen dann nächstes Mal noch einmal mit... Hä? Das gibt es nicht... Bin ich bescheuert? Also wenn jetzt eine Schatzkarte fehlen sollte, dann... War es meine Schuld, ja. Frage, bin ich bescheuert, wünsche ich keine Antwort. Ist auch gut so. Ich hätte schwören können, dass da noch was ist. Ich hätte schwören können. Ich weiß es nicht, ich habe das... Kann das nicht sein, dass du einfach nur einen Zeitpunkt in Erinnerung hast. Das... Oh, good, nice. Ja, wie gesagt, weil ich weiß, ich habe das nicht... Ich glaube, erst auch beim zweiten Dusch bin dann herausgefunden, weil mir ja damals eine gefehlt hat. Und das war eben... Ja, wenn du die dann danach geholt hast, später, wenn ich die gefehlt hatte. Wie gesagt, die eine Schatzkarte hat man ja gesehen, kriegt man nur vor dem Gespräch. Also, kriegt man auf alle Fälle vor dem Gespräch, ne? Ja. Na gut, ja. Ich probiere noch einmal kurz hier... Anklicken herum. Vielleicht steht... Aber ich stehe... Der Baum ist doch hier. Es gibt nur den einen Baum. Komm, geh. Vielleicht sprechen wir mit Rakati und mit der anderen. Riki und Rakati. Vielleicht, äh... Ja, vielleicht muss ich noch einmal mit in Reden, das kann auch sein, ja. Schauen wir mal. Ich habe mich nicht gemacht. Ja, ich probiere mal, ja, ich probiere mal mal reden, das kann ich nicht. Das Freikon-Fan darf nicht Spoiler, hey, was hat er jetzt gespoilert? Ach so, dass man wieder herkommt, oder was? Schäm dich, Spoiler nicht. So, was sagt er? Ich habe eigentlich nicht gesagt, was du hier, oder was da hier ist. Nein, Mama, soll nicht weinen. Es muss hart für euch sein. Okay. Nein. Poppt jetzt was auf? Nein. Okay, dann war es eine Einbildung. Sorry, Leute. Vielleicht drückt mich auch meine Erinnerung. Aber jetzt, jetzt wollte ich gerade sagen, kommen jetzt keine Gegner mehr. Wir halten sie einmal im Hinterkopf auf alle Fälle. Wir kehren einmal dann hier zurück. Aber vielleicht ist, vielleicht ist die woanders. Nein. Egal, gehen wir mal zurück. Gehen wir mal zurück, ne? Es scheint, da kommt etwas. Was soll denn kommen? Ah, er hat Verstärkung geholt. Entschuldigung. Er hat seinen Vater geholt. Ich glaube, er hat sich eher Arme geholt. Oder das? Er war ja eher ein bisschen armlos. Und ich bin sprachlos, nein. Okay, Leute, hauen wir rein, was wir zu reinhauen haben. Das heißt, wir hauen einmal da, das her. Deswegen habe ich auch noch nicht alles verwendet, Leute. Weil, irgendwie wusste ich es ja schon, ne? Komisch. Woher einrohr? Keine Ahnung, ich kenne das Spiel nicht. Batsch. Aber wir machen mal mit der Runde der Bestrafung schon ordentlich Damage. Hui. Armbewegung des Todes. Komm, lass den Donner sausen. Okay, dein Magiewert könnte ein bisschen besser sein. Hier ist ja kein Magier. Ja, das weiß ich, weiß ich. Ich beschwere mich nur. Ich beschwere mich nur. Ich weiß nicht, Jan, ne? Besonders über dich. Du mich auch. Immer wieder gern. So. Runde der Bestrafung. Ha. Wow, macht auch schon 101. 115 und 135. Okay, 152. Sorry. Geht so ein bisschen aus wie dieses, wie hieß das nochmal, irgendeine Attacke, die Kistis bei Final Fantasy 8 lernen konnte. Ah, ja, irgendwas mit Hypno irgendwas, ja. Hyper Vibra, aber Hypno Vibra, keine Ahnung. Ja, da war was. So, das sollte es eigentlich gewesen sein mit dem Vieh, ne? Theoretisch nach drei Attacken. Zwei. Attacke drei. Okay. Tschüss. Ja, war jetzt nicht so der Hype, ne? Und als Eisenhammer, sehr gut. Eisenhammer ist gut. Was das bedeutet, Leute, wir wissen es. Es ist sehr gut. Hammer Time. It's time for some hammerness. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Kerl uns sicher entfolgt. Ach bitte, Choco, können wir nicht mit euch kommen? Ich würde gerne in der Nähe der Rune bleiben. Das ging schnell, gell, Nathalie, ja? Endlich bringen wir es über, mich diesen Ort zu verlassen. Rick ist zu uns gestoßen. Unsere Truppe wurde erhöht. Und natürlich, das Balke ist auch mit dabei, so. Bitte schön. Okay, warte, wir sind ja, wir sind doch noch, nein, wir sind wieder draußen. Verdammt. Du kannst ja auch noch hochgehen. Ja, nein, das mache ich jetzt im Stream nicht. Also, das mache ich jetzt im Stream nicht. Also, entschuldige, das ist sehr. Und der Spätag ist ja eh nochmal dahin, deswegen ist das ja egal. Ja, ja, Spoiler-Rate, wir wissen es. Das ist wie diese Spoiler-Rate. Ich habe aber nicht gesagt, was wir da machen, oder was da ist. So, wir haben jetzt viel Zeit verbracht im Dungeon. Das heißt, wir können ja mal schauen, ob es neue Angebote gibt. Wir haben, ja, ich schaue mal da rein. Nothing. Ja, hier ist sehr selten was. Ist gar nicht. Ja, es könnte aber was sein, deswegen. Die meisten sind jetzt tatsächlich im Rüstungsladen hier. Ja, ja, durch... Das ist noch eine Minute unter. Ich sehe, ich schaue, ob ich ein Hotel... Nein, rechts drückt. Also, bin ich jetzt falsch gelaufen, oder? Ja. Da kann ich da hochgehen, oder? Da will ich sowieso hin, danke. Der Glückskarze, ja, der japanische Glückskarze. So, was gibt es bei dir? Ja, sagen wir mal. Flaxstuch auf dem Keller, okay. Na, dann nehmen wir mal das Gold jetzt auch mit, und das hier, das. Ich glaube, das habe ich damals selten gemacht, mit dem Kauf und Verkauf, ja. Ich habe, ich mache das halt, um zu bauen, und dann zeichne ich ein paar gute Sachen, um zu grind, zu basteln. Ich habe immer noch kein Ticket, Alter. Warum kriege ich keine Tickets zusammen? Ach so, ja, ich muss ja Gegenstände kaufen, damit ich Tickets kriege, ach Gott. Ich glaube immer, wie komme ich darauf, dass ich Monster farme, also Monster kämpfen muss, damit ich... Das macht ja auch mit am meisten Spaß, dass man hier sich verschiedene Sachen basteln kann, und dafür die Sachen zu farmen. Ja, ja, passt doch, ich sage ja nichts. Habe ich was Gegenteiliges jetzt gesagt? Nö. Oh, Donnergott-Gewand. Uhuhu. Was für Ritter. Ja, nehmen wir gleich mit. Danke. Was gibt es sonst noch schönes? Eisenstiefel könnten wir mit... Ja, ich gebe mich, ich gebe ein bisschen mehr aus. Vielleicht kriege ich auch mal ein Ticket oder so. Wann nicht. Wächterrücken haben wir auch noch nicht. Ja, aber den konnte er... Ja, nicht so notwendig jetzt so. Da habe ich am meisten recht viele von. Das ist wurscht. Ist ganz praktisch für die Verteidigung. Erhöht Donnerresistenz. Und magische Angeskraft und magische Verteidigung, also. Ist eine sehr gute Sache. Ich hätte jetzt gern gesehen, meine Lotterietickets. Da, jetzt habe ich zwei. Na gut, dann auf zur Lotterie noch einmal. Also wenn wir ungefähr... Wie habe ich jetzt ausgesehen? 5000? Das heißt, bei 2500 kriege ich ungefähr... ein Lotterieticket. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht noch praktisch, wie viel aufgeben. Ja, spielen wir mal. Die Rüstung war aber ich 5000. Die Wilder-Lot-Rüstung. Yeah. Macht nichts. Medizin nämlich auch noch. Und schade, wieder nichts. Okay. Wir kriegen schon mal den Hauptpreis. Irgendwann kriege ich ihn. Auch wenn es Offscreen ist. Ich habe auch schon mal ein bisschen Rita Porn gespielt. Und ein bisschen bei Noah gespielt. Ja. Weites Mal im schweren Schickheitsmodus, um das beste mögliche rauszuholen. Aber bei Rita Porn ist das dann halt so viel Glückssache, dass man da kaum gewinnen kann fast. Das habe ich gemerkt. Bei Rita oder was? Ja, bei Rita. Wenn du den gespielt, in Schwierigkeiten muss, wenn du keinen großen Glückswert hast. Ah, da hängt der Glückswert auch davon ab, oder was? Ich glaube es schon ein bisschen. Könnte ich mir vorstellen, dass da ein bisschen Trends gilt. Jedenfalls hatte ich da sehr viel Pech. Pech kann man immer haben, besonders im Spiel. Wie in der Liebe. Deswegen speichere ich auch immer, wenn ich mit der Spiele vorher ab, damit ich nicht nötig Geld verliere. Und das kann sehr, sehr teuer werden, wenn ich da verliere. Gerade im hohen Ebel. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Das geht in die 10.000er hinauf. Ja. Ja, Blackjack im schweren Bonus war nicht schwer. Mir schauen sich ja eh alles an mit der Zeit. Beziehungsweise jetzt, wo ich in der Base bin, nach dem Harten, in Anführungszeichen, harten, ja, mit dem, ja, ich da rede mal gleich. Anführungszeichen, harten Bossfight. Werden wir auf alle Fälle mal jetzt ein Glücksspielchen wagen, ne? Hätte ich gesagt. Wo renne ich hin? So. Dann, was brauchst du? Was brauchst du? Ich sag, das musst du erst mal Rita und, na, Rita und vielleicht Luis rauspacken. So. Ich will sowieso die Truppe jetzt ein bisschen ändern. Nehmen wir mal Chipo, damit er mal ein bisschen vom Level her hochkommt. Ähm, ja, die anderen sind eigentlich eher höher, also, bleibt es bei die zwei dabei. Okay. Luis, ja, kannst du reinpacken, kannst du rauspacken. Ja, 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 die halt genauso, und bei Luis können wir ja dann die Truppe auch noch besser ändern, ne? da krieg ich nicht rein, entschuldige. Ich muss vorher, ich muss vorher, ich muss vorher hinauf, so. Ah, legen wir uns mal kurz ein Stündchen hin. Ne, das ist kein Glücksspiel, das ist, äh, einfach nur ein Spaßspiel, sag ich mal. Naja, es ist schon, was die Lotterie ist, ich meine ja die Lotterie, glaube ich. Ah, das hat sie ja bei der Lotterie schon geschrieben. Ja, okay, ja, Lotterie ist Glücksspiel. Natürlich, ja, aber das bei Rita auch, du weißt ja nicht, was du bekommst für Steine, ne? Es ist alles Glücksspiel, sowas, ja? Also, aber passt schon, ja, warum nicht? Warum nicht? So, Rita, schätzliche, hallo. Das ist die richtige Antwort. So, das werden wir sich verausgaben, pass auf, hohe Tauschrate. Na komm, Schätzchen, wir machen dich fertig, oder du machst uns fertig. Wow, okay. Bringt damit, bringt nix, aber ich finde, ich verwende es trotzdem mal, so. Braucht man nicht, oh Gott, das wird. Kannst wegschmeißen, würde ich sagen. Okay, dann nehme ich den. Für den, ja, den, oder, die, die, die grüne, die grüne, zwei wegschmeißen. Na, dann nehme ich das eher. Okay, nice, her damit. Jawollah! grüne 3. Oh nein! Hätte ich das andere genommen? Das kann man nicht wissen. Das kann man nicht wissen. Aber die grüne 3 soll... Nein, oh Gott. Jawoll, nice, Sumo! Sumo, Baby! Ne, weitermachen. Warte, geh, 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 It's a me, Sumo! Oh Gott, ist sehr viel blau. Ähm, okay. Was brauche ich dann? Ratschki, ne? Okay, es ist... Ich würde, ich würde eine Einser, eine Einser wegpacken. Es ist dasselbe Resultat, das ist eh wurscht. Und dann auf eine, auf eine blaue 3 hoffen. Ja, wirklich habe ich besser, weil da habe ich doppelte Chancen, ne? Ja. Ja, wenn ich die nicht weggebe und auf eine, zwei Ratschki hoffe, ne? Kannst auch machen. Ja, aber da habe ich nur eine Chance. Da habe ich ja nur eine Chance. Und wenn ich auf die blaue 3 hoffe, habe ich ja zwei Chancen noch, weil ich ja eine in der Hand habe, ne? Ja. Eben. Also, weg damit, hast recht. Ähm, okay, hat sie erledigt. Mit Stück. Ja. Gerade jetzt. Okay, wir sind wieder im Spiel. Ah. Ah. Nein. Oh, die drei. Ja, danke. Dankeschön, Baby. Oh, da wird abgezogen. Weiter geht's. Sumo? Na, nicht Sumo ringen, ja. Sumo. Okay, irgendeine gelbe ist weg. Die interessiert mich eh gerade nicht. Weg mit der gelben. Was? Jetzt schon? Okay, die hat Runen. Okay, ich glaube, die Runen, ja, okay, das war bitter. Alles, was wir aufgebaut haben, ist zunichte wieder. Wow. Ja, wir werden abgezockt anscheinend gerade. Nein, das war natürlich behalten. Warum? Das war eine Idee, Ich habe mich verdrückt. Gebe ich zu. Also, irgendwie nervt mich die Frau gerade. Weg damit. was? Okay, die kann ich nicht hoffen, weil die liegt eh schon da. Das heißt, die können wir... Aber die drei auch? dann ist es eh wurscht. Es ist eh wurscht. Jetzt kann sie die drei holen. Ich kann mir die drei holen, zum Beispiel, ja. Ich glaube, ich habe verloren. Nein, habe ich nicht. Meine. Kriegt man eigentlich einen anderen Preis, wenn man sie auf null reduziert? Weißt du das? Dann gibt es noch, also, wenn man auf null oder auf null kommt, dann kriegst du noch ein bisschen mehr Geld. Aber das Item kriege ich drauf. der Bonus. Ah, okay. Das heißt, dass du dann schaffst, die Runen zu bringen. Die Runen hebe ich mir noch auf. Ich werde auf alle Fälle die Einser weggeben. Wie habe ich mir gesagt. Im Notfall habe ich noch die Feuerrune, dann muss ich sie doch verwenden. Aber dann muss ich mal komplett was aufbauen wieder. Okay. Soll ich die Feuerrune verwenden, sicherheitshalber? Na. Da muss ich mal... Ja, was? Ich werde erst mal die Blitzruhen um zu gucken, was du noch zu bekommen hast. Ja, aber sie hat schon Reach. Deswegen. Um das geht's. Ich will ja ihre Combo zerstören. Was war das jetzt für eine? Weißt du das noch? Eine grüne war das, gell? Keine Ahnung. Okay, ich versämme mir das gerade, aber wurscht. Ich lege es einmal runter. Okay, da haben wir was. Nice. Dann hole ich mir mal mehr Steinchen. Ja, dann aktivieren wir das hier. Ja. Was brauche ich dann noch? Eine gelbe Ein... Oh Gott, es liegen aber schon zwei gelbe Einsen. Hm. Das ist eine sehr geringe Chance, aber ich muss eingehen, das Risiko. Noch geht es nicht. Ist eine sehr geringe Chance. Es kann eh sein, dass sie die in der Hand hat. Oder... Ja, dann hat sie es in der Hand. Ja. Okay. Na, passt schon. Weitermachen. Tschak, 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 tschak. Ich passe nie auf, welcher Stein am Anfang verschwindet. Ich passe nie auf. Ich auch nicht. Ich hatte ja ihn drauf. Okay. Der Hunde hat jetzt nichts gebracht. So. Ziehen wir mal schön. Verbrennen, Miststück. Kann dir aber auch mehr was schaden. Ich weiß. Hm. Es liegt eine Einser schon dort. Ja, aber ist egal. Die drei... Nein, eine grüne drei hätte ich höhere Chancen. Das heißt, legen wir mal das ab. Ja, da wäre sie auch. Aber ich kriege sie nicht. Schützen wir uns einmal. Eine blaue drei wäre höhere Chancen. Deswegen weg damit. Blaue drei, blaue drei. Nein, 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 nein. Böse, böse. Böse, nicht böse. Gut. Zumo. Ja, gut. So. So. So, was verschwindet? Okay, blaue drei verschwindet. Gut, so. Oh Gott, das wird... Okay. Danke. Oh, danke. Was? Schon? Nein, gekommen. Dieses kleine... Ja, schon. Oh, die hat die Ratschke. Gut, die kann ich abhauen. Die kann ich runterlegen. Bringt mir nichts. Ja. Legen wir die runter noch einmal. Und dann legen wir es... Ja, die liegt eh schon. Jawohl. Und dann brauche ich noch eine 1er gelb eventuell. Eins gelb. Ja. Dankeschön. Und fast am Ende. Fast am Ende. Komm schon, ein Match noch. Rita Baby, komm her. Und es verschwindet die gelbe drei. Das heißt, ich muss eine gelbe drei weggeben. Weil das bringt mir sonst nichts mehr. Genau. Ja. Warte, lasse ich mal noch, sicherheitshalber. Nehmen wir mal die grüne ab. Ja, sehr gut. Jetzt muss ich aber die verwenden. Obwohl... Ja. Ja, oh ja. Weil ich doppelte Chance habe. Was? Da! Oh, scheiße. Ich weiß nicht mehr, was das war. Rot war es auf alle Fälle, ne? Oho. Ja, ich muss eh spielen auf das. Okay, ziehen wir mal. Nepp. Jawohl. Und irgendeine rote brauche ich. Ich weiß aber nicht welche. Und das ist die falsche anscheinend. Nein, komm, gib mir die rote. Aber das kann sie nicht gewinnen mehr. Nein, okay. Ah, sie hat Mitzuba gehabt. Okay. Weiter geht's. Tach, 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 tach. Und es verschwindet die gelbe drei. Okay, die hätte ich gerade gebraucht. Ach, da habe ich sie. Ich habe ihn nie gesehen, wirklich. Was haben wir? Ach, da bin ich nie drauf, was ich... Das ist aber wichtig, weil es verschwindet ja irgendein Stein. Und wenn du den aber dann gerade aufbauen willst, aufgrund deiner Kompon... Ich habe ihn irgendwie wieder nicht gesehen. Oh ja, das sieht man sehr gut. Man muss nur aufpassen am Anfang. Das ist eben der... Wenn du mit dem planen kannst, dann... Ach Gott, das bringt mir nichts. Okay, Mitzuba liegt schon. Das heißt, bringt mir auch nichts. Nein, dann lege ich die doch ab. Okay, wir schützen uns mal. Ist besser so. Und wir haben... Mich braucht eine blaue drei. Komm, die werden wir doch kriegen. Jetzt kann sie in das Feuer kommen. Ja, ich muss das Feuer verwenden, theoretisch. Oh oh, oh oh. Ja, dann hättest du dich jetzt, dass du das wiederkommst. Das Feuer hätte deine Kompon zerstört. Ja. Blaue drei, bitte. Blaue drei. Ja, wir haben's. Leute, wir haben sie in ihr Gesicht. In ihr Gesicht. Oh, hast du verloren? So wie viel Geld kriege ich denn, bitte? Ah, es tut mir leid. Oh, schön. Das ist nett. Ich habe mich einmal gewohnt, bis nachgegen sie. Ah, ein Bonus, bitte schön. Ich habe mich nicht gewohnt, bitte schön. Ich habe mich nicht gewohnt, bitte schön. Ich habe mich nicht gewohnt, bitte schön. 13.200 noch dazu. Nice. Und einen Pilz bekommen. Und einen Haku-Ton auch noch. Noch mal 10.000. Schön. Aber Special-Preis kriege ich nicht. Ich war nur da der Haku-Ton, weil du die Bahre schritten hast. Ja, ja, aber ich habe mir gedacht, man kriegt da einen Special-Preis von der, deswegen. Nee, sonst gibt es nur Pilze. Macht nichts. Aber wir haben sie jetzt offiziell einmal im Stream besiegt. Das reicht. Und wir haben ordentlich Kohle gemacht. Chippo wird aufgerüstet an demnächst. Und wie man sieht, kann man bei der sehr viel Geld holen, wenn man gewinnt. Ja, aber wenn ich dann ein paar Monsterkämpfe mache, bin ich weitaus schneller wahrscheinlich. In gewissen Gebieten dann später. In gewissen Gebieten, ja, wahrscheinlich. Überhaupt, wenn ich dann eine bestimmte Rune habe. Aber bei einer bestimmten Rune wird die Sache dann noch einfacher, sagen wir es mal so. Ja. Oder beschleunigt. Einfacher ist es nie. Einfach ist es nie. Zeitaufwendiger, oder? So, was machen wir als nächstes? Wir haben unsere Truppe, oder? Ja, Chippo kommt jetzt mit. Unser schlechtester Charakter bis jetzt. Warte mal kurz, den können wir mal eigentlich optimieren. Haben wir da irgendwas? Vielleicht haben wir gedacht, ja, wir haben ein Lotterieticket. Okay. Nein. Nein, wir haben leider nichts für ihn. Der armer Kobold. Ganz nackig. So, und was wird denn der Typ da draußen, ne? Schauen wir mal. Warum er es nachher mit dem Reden hat, folgendes. Nimm, du, lest du mal vor. Bitte, nimm dir kurz Zeit und hör mir zu. Ich heiße Manu und meine Erfindung ist sicher genau das Richtige für dich. Also, eigentlich ist es ein Kasten, der Leute und Sachen hoch und runter trägt. Nur versteht bisher keiner seinen Nutzen. Ich bin mir sehr sicher, das wäre anders, wenn es ein paar hohe Gebäude gäbe. Oder es wäre derzeit kein... Aber. Aber es wäre in derzeit kein gebaut. Jetzt habe ich ein neues Konzept, denn es muss ja nicht für Gebäude sein. Was hältst... Was denkst du? Du kannst es gratis ausprobieren. Du wärst damit in Nu am Hafen. Ja, transportier mich mal dorthin. Oder? Ja. Mach mal. Ja. Boah, warum nicht? Ja. Dann sind wir uns ja einig. Kommt. Ich zeig's dir. Endlich darf ich jemanden anderen transportieren als mich selbst. Ja, und schon sind wir im Hafen. Gut. Deswegen halt. Okay, unsere nächste Aufgabe. Wir werden mal mit dem Schiffchen fahren wieder. Ja, bitte. Danke. Und dann werden wir uns fest... Ja, okay. Ey, ich habe doch eine Stimme vernommen. Was? Was? Hilfe! Da! Na, die käme doch. Böse Menschen kamen auf unsere Insel. Sie haben alle getötet und fortgeschleppt. Was war das? Ich habe in der Höhle gespielt. Das war meine Rettung. Aber die anderen, auch meine Schwestern, sind alle weg. Du meinst, es gibt wirklich Leute, die mehr von verkaufen? Widerlich. Ich dachte, es wären bloß Geschichten. Das Schiff der Bösen ist noch in der Nähe. Mach, dass sie weggehen. Bitte. Genau, eine Schifffahrt ist lustig, eine Schifffahrt ist schön. Weil da kann so viel Zeit verloren gehen. Ja. Ja, wir verfolgen jetzt das Schiff. Überhaupt in der Nähe. Ja, die bewegen sich ja gar nicht. Überhaupt auf der Karte nicht ersichtlich, wo das Fleckchen wäre. Aber bitte, los geht's. Hui! Upp! Haben wir schon eingeholt. Sie haben uns gesehen. Ach, sie haben uns gesehen. Komisch. Sie sehen ein Schiff. Okay, Kuschelkurs. Na, was haben wir denn da? Kommen wir gleich zur Sache. Warum gibt ihr uns nicht einfach die Meerjungfrau da? Einen Typen wie dir gebe ich sie niemals, weil sie gehört mir. Ich verstehe. Also willst du kämpfen, oder? Ich wollte nicht, dass sie zu diesem kommen, aber du hast mir keine andere Wahl gegeben. Jeder, wir haben gerade eine Wache besiegt. Ihr wisst, was das bedeutet, ja. Ein bisschen stärker als ihr wahrscheinlich. Außer unser Chippo-Mann hier, ne? Der wahrscheinlich vielleicht nicht. Aber ist ja egal. Auto. Yeah, mach mal Sturmangriff. Hab ich jetzt Sturmangriff angedrückt? Unabsichtlich? Okay. Unabsichtlich, ja nie, ist klar. Und tschüss. Ich lasse mir kein Wort. So, damit Chippo mal ein paar Level bekommt. Ui. Und ui. Ja, seine HP nimmt mir nicht so dramatisch so wie bei anderen. Ja, der hat halt ein wenig HP, nur der gute Chippo. Macht nix, Fortsetzung folgt. Besiegt ist besiegt, genau, sag ich auch. Oh mein Gott, da ist mein Doppelschwertangriff ausgewickelt. Das gibt's ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Oh, der eine schwächelt schon. Das tut mir aber leid. Und tschüss. Ja. Sind jetzt keine herausfordernden Kämpfe gerade, ne? Haha. Ja. Verdammt. Wie könnt ihr es wagen, euch mit der allmächtigen Quay-Handelsgeschäftsstand anzulenken? Das wird ihr noch bereuen. Ihr werdet schon sehen. Ich habe die Fesseln der Mehrung vorundurchschnitten. Doch für einige kam unsere Hilfe zu spät. Tut mir leid. Okay. Äh. Oh. Ich verstehe. Danke. Danke. Sie entkommen. Was machen wir da? Erschießt sie. Genau. Wir machen jetzt ein bisschen Spaß. Erschießt sie. Das passt. Solche Leute haben kein... ...kein Mitleid zu erfahren. Hui. Schöner Treffer. Ja. Wir sind schütteln. Wir sind schütteln. Hahaha. Okay. Wir hätten sie auch davon kommen lassen, aber ja. Nein, lieber nicht. Sicherlich nicht. Ich danke dir. Ja. Komm doch einfach mit uns. Das Gebiet um die Höhlen scheint noch nicht sicher. Was sagst du? Ja. Die anderen Meerjungfrauen haben sicher auch Angst. Sicher kehren sie so schnell nicht auf Engel zurück. Also ich muss sagen, du gibst eine echt gute Meerjungfrau ab, ne? Muss ich echt sagen. Das machst du sehr gut. Die ist niedlich. Ja, er ist nicht niedlich. Sie ist niedlich. Das stimmt, ja. Er ist nicht niedlich. Sie ist niedlich. Danke. Ja, ich komme mit. Wenn ich die anderen sehe, frage ich sie auch. Nun, ich hoffe, wir gucken aufeinander aus. Ja, sowas kann er. Was kann er? Jungfrau sein oder Meerjungfrau sein oder was? Nein. Beim Synchronisieren bin ich mein Bestes. Versuchts. Ja, passt schon. Bist du schlecht? Bist du schlecht? Bist du schlecht? Geht schon, geht schon. Lillen hat dich verlassen. Der Lillen ist zu uns gestoßen. Yeah. Die Lillen. Ja. Ja, er, sie, du, er, sie, es. Was weiß ich. Aber natürlich. Meerjungfrau sagt dir schon alles. Ein Mädchen spielen. Ah, ein Mädchen spielen kann er gut. Verstehe. Na gut, dann sämtliche weiblichen Rollen können ab sofort dir. Passt. So, jetzt gehen wir zurück nach oben. Aber ich glaube, das war es noch nicht, weil... Ja. Ah, ihr schon wieder. Ich verkaufe dir doch diese ausgestopften Meerjungfrauen, stimmt's? Was? Schlecht informiert, Dario. Schlecht informiert. Wovon redet er da? Vielleicht denkt er, wir sind die von vorhin von der Quayhanses-Gesellschaft. Papi, schau mal, da drüben. Ja, ich seh's ja, Nello. Also, keine Ausflüchte jetzt. Du hast eine Meerjungfrau direkt bei dir. Ja, kleines Missverständnis und so und, ja, und weiß Gott, ne? Vor allen Dingen und so. Ja, und so. Dass ich freiwillig... Hallo, geht's noch? Müsst nicht abziehen in die andere Richtung, was stellst du dich in den Weg? Voraussetzung für den Sieg, Gewinner gegen die Piraten, Dario. Ah, nette Flagge, was wir haben. Schauen aus wie die... wie zwei der fünf Olympischen Ringe, ne? Nein, das sollte das Bündnisstaat darstellen oder irgendwas, ja, oder, keine Ahnung. So. Ah, Jules, von dir haben wir ja heute schon gesprochen. Stimmt, du hast auch das Dreieck an der Stirn. Ja. Es... Er kann Wind und Feuer, Runenkugeln abfeuern, richtig? So, nichts verraten, jetzt kommt die Preisfrage für Nathalie. Der Gegner hat Wind und Feuer. Welche Runenkugel verwenden wir? So, schauen wir mal. Ich drücke jetzt nicht weiter, falls es dann steht. Also, ich frage einmal in den Chat Nathalie. Welches Element verwenden wir? Gegen Wind und Feuer. Schauen wir mal, ob was zeitnahes kommt als Antwort. Wenn nicht, drücke ich hier auch weiter. Wind! Sollen wir verwenden? Sollen wir wirklich Wind verwenden? Bei Wind gegen Feuer? Wasser. Okay, ich rufe Avatar, den Herr der Elemente. Machen wir es einfach so. Nein, Feuer ist natürlich stärker gegen Wind. Was, ja. Wenn man es jetzt auch von logischer Seite betrachtet. Wasser übertrumpft. Genau, und dann brauchen wir nur Feuer und dann gewinnen wir dann hundertprozentig. Genau, da kann ich ausrüsten, was ich will. Aber wir können mal schauen. Wir haben zwölf Gehilfen, keinen Käpt'n, Runenkanonen. Ja, wen haben wir denn da? Habe ich überhaupt Feuer? Ja, natürlich müssen wir ja haben. Mit Zuber mit vier? Oder Tof mit Tof? Herr der Avatar? Ritter hat noch mehr. Ja, ich weiß. Äh, Tof Avatar, ne? Das war das, das blinde Mädchen. Ja. Sekundenfan ist der Experte. Ja, ja, okay. Zumindest in dem Thema, ne? So. Wir nehmen von mir aus zweimal mit, weil es so schön ist. Na ja, was heißt? Nein. Komm. Nehmen wir dich mit. Nein. Nehmen wir... Warte, warte. Weil ich's kann. So. Kämpfergilde. Und da stapeln sich die dazugehörigen Gehilfen. Habe ich, hast du mehr? Nein, du hast nicht mehr. Passt. Okay. 60 kriegen wir momentan. Nimmst du Wind mit? Aus Spaß. Warum nicht? Ich muss es ja nicht verwenden, oder? Ja. Sie hat gesagt Wind, also nehm ich Wind mit. Hallo, du siehst ja eh, dass wir Feuer mithaben, oder? Ja. Ich muss es ja nicht einsetzen, ja. Wasser hat natürlich auch geholfen. Natürlich. Aber wenn der mit Wind angreift, haben wir dann vielleicht ein kleines Problemchen, ne? Angriff, wir erwietern. Das Feuer mit Feuer. Ja. Das kann sich jetzt nur im Stundenhandeln, falls wir immer beide Feuer verwenden, weil dann passiert natürlich nichts. Aber irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, dann wird der Gegner sich denken, ich verwende mal das andere. So wie jetzt. Boing. Schaden zurück. An den Gegner. 34? 34 sag ich? Oh, 43. Okay, verkehrt. Und der brennt schon. Schön. Und, ja. Ui, und tschüss. Das war's auch schon. Das sind auch die einfachen Kämpfe. Wird später noch schwerer. Oder umfangreicher, sagen wir's mal so. Ja. Schwerer nicht, aber umfangreicher. Obwohl, wenn du Pech hast, kann es auch nach hinten losgehen, ja? Jetzt kommen wir drauf an. So. Schwingt schon. Aufhören. Super, wir haben gesiegt. Sieg auf ganzer Linie. Oh, Chippo, hallo. Ja, übrigens, der Ladebildschirm ändert sich, weil wir Chippo in der Truppe haben. Hm. Der Typ ist stärker, als ich dachte. Papi, findest du nicht, wir sollten? Verstärkung anfordern? Was mit Zykoden-Fender-Pice ist von fast gecheatet? Hallo? Das hätte ich aber ohnehin auch gewusst. Ja, halt. Hey. Nur zur Info, ich kenn das Spielchen auch, danke. Sie sind meine Freunde. Warum greife ich sie an? Hm. Hat er ja noch gesagt. Ich habe nichts gesagt, Papi. Hm, habe ich es nur eingebildet. In Ordnung, das reicht. Ziehen wir uns erstmal zurück. Hi, Captain. Da ist er mal weg. Warte, du musst uns zumindest hören. Höhnen wir uns raus. Everyone hurry, we're heading back. We're reporting it to the lady. To the lady. She's a lady. Lady in red. Gibt's ja auch ein Lied davon, ne? Lady in red. Oh. Sie kommt persönlich, die Lady. Uhuhu. Uhuhu. Jetzt werden die Samtanschuhe ausgezogen. Ja. Uhuhu. Wo auf einmal die ganzen Schiffe herkommen, gell? Obwohl gar nichts da war. Aber bitte. Hm? Wollen die etwa kämpfen? Ich kenne diese Frau. Sie ist wirklich stark. Hey, Dario. Does that mermaid look like a captive to you? You haven't been drinking again, have you? Uh, what? There you go again. Always going off and causing trouble. What kind of a mess have you gotten yourself into now? Oh, would you shut up already? I'm fighting in the name of justice. Hm. Oh? Well, if you want to fight for justice, you better be sure you know who is actually an enemy. You follow me, Dario? Oh, uh, I'm sorry, Lady Kika. Please forgive us, Lady Kika. Okay. Forgive Dario's rudeness. He will be punished. May we meet again someday? Wird bestraft, wenn der Arme. Okay. Let's go, Dario. Oh je. Alkoholentzug. Das ist also Kika. Sie ist wirklich sehr stark, aber nicht böse. Kann auch werden. Haha, nein. So. Ähm. Irgendwie erinnere ich mich gerade an Zuikoden-Tactics, ne? Irgendwie habe ich da was in Erinnerung, aber ja. Wurscht. Wir fahren mal in den Hafen rein. Ich habe eine Botschaft für euch. Bitte sucht Herrn Desmond auf. Wow. Okay. Das war eine klare Ansage. Vielleicht sonst du auch mal wenn du noch trainieren möchtest, die mal im Wochenüberbruch verschrauben sind. Ja, genau. Das, warte, ich schaue mal in die Lotterie. Nein, ich habe leider nichts. Stimmt, das ist heute, habe ich irgendwas zum Schätzen? Stimmt, das ist ja cool, ne? Du hast ja nicht nur dieses... dieses Kattenstatue bekommen. Ich kann es damit gut verkaufen. Ich glaube, dafür kriegst du... Du weißt schon, dass ich mir die Gegenstände aufhebe, ne? Ach ja. Zumindest den ersten. Du hast ja da so eine Macke. Fotenschuhe. Na bitte, perfekt für Chippo. Nehmen wir gleich mit. Vielen Dank. Haha. Na herrlich. Das ist ja ein Glücksfall. Das ist mares Geld. So, was ist denn mit... Ach so, warte. Ah, jetzt habe ich... 3000 habe ich ausgegeben und kriege zwei Lotterietickets. Okay. Interessant. Okay. Aber ich glaube, es kommt immer auf den Wert des Gegenstandes an vielleicht auch, ne? Das kann natürlich auch sein. Okay, von Gouda wurde er zum Shader. Ich liebe Shader. Shader mag man eben. So, dann gehen wir doch Lotterie spielen wieder. Und diesmal drehen wir aber richtig. Ja, diesmal... Wie gesagt, ich habe es bei meinen Durchläufen immer so gemacht, dass ich in die falsche Richtung drehe. Dann dreht sich eben das ganze Prozedere hier langsam. Aber ich bin eher auf den Hauptpreis gekommen. Aber ja. So, sag mal Stopp, weil ich aufhören soll. Halt, Stopp. Jetzt reicht es. Wow, hat nichts gebracht. Und noch einmal. Ja. Stopp. Oh, okay. Mega-Medicine. Nehmen wir auch. Danke. So. Du-du-du-du-du-du-du-du-du. Ja, ja. Die kann man natürlich auch kriegen. Ist klar. Okay, da ist kein Platz frei. Schauen, ob irgendwer was tragen kann. So. Goldkugel hat halt den... Sie meint den ersten Preis. Ah, die war wohl. Nein. Sie meint den ersten Platz bei der Lotterie. Die Goldkugel gibt ja 10.000 Pods. Ja. Wie gesagt, wird ja eh noch passieren, dass man das kriegt. Irgendwann kriegt man es auf alle Fälle. Und wenn, ist es jetzt nicht so dramatisch. Das ist etwas, auf das ich aufgrund des Levels und Trainieren dann sowieso verzichten kann. No. No. Oh, Schöner Käse. Läger. Boah, 380 Pods. Das ist Gott und die Welt. Was meinte sie mich damit? Ja eh. Die Kind. Ja eh. Ja, und die Gründung habe ich schon bekommen. Ja eh. Alter. Ich glaube, du solltest zuhören lernen. Das wäre gut. Natürlich meint sie dich. So, haben wir hier eine neue Ausgabe? Sonst keiner da oder was? No. Nee, das muss ich vorschauen. So, Desmond, wo bist du? Joko, wie steht's? Ich komme mit einer Botschaft vom König. Er bittet dich einen Mann namens Olek zu suchen. Offenbar untersucht Olek Methoden, Dinge zu sehen, die anderen Menschen verborgen bleiben. Er soll sich auf Nay aufhalten. Der König bittet ihn nach Obel einzuladen. Bitte entspricht dem Wunsch des Königs. Wir organisieren nicht neu. Interessiert mich gerade nicht. Auf nach Sambal Olek. Müssen wir jetzt wieder durchs Meer schippern. Das bleibt uns jetzt nicht der Spaß. da können wir wieder... Da freut man sich schon, wenn man ein Wiki bekommt. Ja. Und du spoilerst schon wieder, ne? Wieso spoilern? Ja, du erwähnst was, was ja noch gar nicht im Raum steht, ja? Jetzt fragt sich jeder, was ist dieses Wiki? Ist es wie Wikipedia, ne? Also, nein. Also für die Leute, ich darf jetzt auch mal was spoilern. Ja, wie... Ah, so da ist... Allaher, is you complete one more job for me. I will prepare it once. Excuse me. Ramada, du Abschau. Du kleiner, miese Abschau. By the way, Sir Gray, what are the objects in question? Very soon. Ah, so this is the new product we discussed. Indeed. And for indulging my whim about Razzaril, I'll be willing to sell you the requested item at a lower price this time. Call it a gift to celebrate your installment as governor. Mhm, da werden Geschenke verteilt. Wie großzügig. Wie großzügig, ja. Ich sag ich auch. So, wir haben einen schönen blauen Marker da oben. Da werden wir natürlich jetzt hinsegeln. Obwohl, wir speichern mal hier ab kurz. Und schauen, dass Jibo ein, zwei Leveln hochkommt. Wird sich ja eh automatisch ergeben. Schauen wir mal, was so auf dem Meer lauert. Das ist halt jetzt wieder sowas eben, was ich am Anfang des Projektes angesprochen hab. Stream, schön und gut, aber leider bleiben halt eben solche Fahrten dann nicht ersparen, weil... Während des Live-Streams... Bitte? Die Gonda dazu. Ja, aber natürlich Zuschauer. So, wie gesagt, wie bei The Legend of Zelda Wind Waker, ne. Wo man mit diesem Drachenschiff los unterwegs ist, da, ne. Trotzdem. Ich kenn das Spiel nicht, also. Ja, das ist, wie gesagt, bist du auch auf dem offenen Meer unterwegs ist. Ja. Außer, dass du ein paar Schätze vielleicht unterwegs zufällig findest, oder auch Inseln ansteuern kannst. Ist, ist nicht so, wie hier heute, ne. Du hast halt lange Fahrten und du kannst sie dann... Ich weiß nicht, ob man die mit der Zeit abkürzen kann. Das weiß ich nämlich nicht. So, was, ich... Ich drehe mich falsch, so. Ja, also wir werden, glaube ich, jetzt nur bis nach Nays segeln und dann werden wir den Streamer schon beenden wieder. Oh, Jeeper ausgewichen. Nice. Natürlich nehme ich hier alle Fights mit, weil dann krieg ich so Gegenstände wie die Schuppe eben oder Podge oder andere feine Gegenstände. Wer weiß, wer weiß. Obwohl, nein, wir werden noch... Wir werden die Insel noch betreten, weil ich will schauen, ob es spezielle Items gibt. Da will ich auch schauen. Kurz. Autsch. Ich glaube, jetzt könntest du, glaube ich, glaube ich... Ne, glaube ich, noch nicht. Oder konnte ich schon Ugetzu bekommen? Weiß ich gerade gar nicht. Jetzt schon? Nein, ich glaube jetzt noch nicht. Das geht das, glaube ich, alles nachher. Also, Schramen ja mit Sicherheit nicht, ist mir klar. Aber Ugetzu? Nein, nein. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber wir werden es ja feststellen, können wir ja schon. Ich glaube, das ist ja... Ja, auch der, der dann nicht immer steht. Der taucht ufällig auf. Ja, ja, natürlich. Wir können ja hin und her switchen. Aber ich bitte mal, das war nach dem Story-Bogen, sage ich jetzt einmal. Weil jetzt gibt es ja eigentlich für ihn keine Relevanz mitzukommen. Weil er was ausschlaggebend ist, das noch nicht vorhanden ist. Aber ich will es jetzt nicht sagen. Du weißt hoffentlich, was ich meine. Denke mal, klar. Gut. Deswegen gibt es für ihn eigentlich keine Relevanz, warum er jetzt mitkommen sollte. Weil sonst... Hätte er seine Berufung verfehlt, ne? Sagen wir es mal so. Ja. Ja. Gut. Du verstehst. Ja. Und wir haben nichts gespoilert. Yeah. Ach, Menno. Ach, du kleine Spoiler-Rad. Ich weiß, dass dir das wehtut im Herzen. Voller Schmerzen. Nee. Ich mache Spoiler eigentlich auch nicht so. Mhm. Dafür spoilerst aber recht oft. Das mache ich ja nicht ab, den Kling. Dann lern es zu kontrollieren. Wäre nett. So, Chippo, jetzt willst du mal Zeit mit deinem Level. Dankeschön. Bei den Gegnern auf alle Fälle. Ich mag Spoiler. Ich mag Züge. Ach Gott. Die Mittag liegen wir in vollen Zügen. Ja. Ich genieße sie. Man genießt es, ja. Brrrr. Schon wieder. Okay. Also, ich sagte, nerv mir irgendwie. Also, weg damit. Hui. Sonst kann man bei denen halt Magieverteilungsscheine tropfen. Die habe ich dafür noch nicht bekommen, ne? Ich auch noch nicht. Die habe ich auch noch nicht bekommen. Aber ich sagte, dass ich jetzt welche kriege. Pass auf. Okay. Wäre ja zu schön gewesen, ne? Und jetzt stimmen wir alle mit ein. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Weil da kann man so viel Zeit vergeuden sehen. Wallerie. Eine Katze auf dem Schiff und Jagdfische. Tja, Ironie auch, ne? Jetzt fehlt nur noch eine Angel. Das ist keine Katze. Das ist ein Kobold immer noch. Aber sie sieht aus wie eine Katze. Man muss es schon sagen. Überhaupt bei einem Minispielchen später... Ja. Es ist eine Katze. Ja. Es ist eine Katze. Ich... Katzenkobold. Ja, für sie ist es eine Katze. Das ist so... Das könntest du unter Facebook posten, ne? Gibt es da ein Bild von Jibu rein, ne? Ein Suikoden-Fan sagt, es ist ein Kobold. Einer, der nicht bewandert ist in dem Genre, sagt, es ist eine Katze. Ja. Du, Suikoden-Fan, Doppelpunkt Kobold. Nicht-Suikoden-Fan, Doppelpunkt Katze. Ha. Oh. Miauz, genau. Okay. So ungefähr. Ach, da ist ein Berg. Eine Insel mit zwei Bergen. Ja, die habe ich wieder gern. Das ist Katzen-Gulasch. Katzen-Gulasch. Okay. Du bist abartig. Ja, Mauzi. Miauz, genau. Das war wieder ein Schuss in den Ofen. Yeah. So, jetzt haben wir es gleich hinter uns. Ihr seid mich dann für heute gleich los. Wollen wir noch gar nicht. Aber ich will es. Wir brauchen dich noch. Du, ich halte mich selber nicht mehr aus. Wow, Ironie. So, Level up. Level up. Nein, kein Level up. Ich hasse dich. So, die Insel will ich da vorne, oder? Ja, die Insel will ich. Müde? Naja, und es ist spät, ja. Die Arbeit war anstrengend. Tobi sagt dir unheilig. Es ist Zeit zu gehen. Was hast du gesagt, Tudy? Jetzt habe ich dir nicht zugehört, oder? Ich sage, das stelle ich nicht so an. Aha. Sagt der, der nichts hakeln geht, oder was? Nein. Ich kann nicht ausschlafen, ja? Und ich schlafe nicht aus. Ja, dafür kann ich aber nichts. Ich könnte, weil ich bin heute, aber ich bin kein Langschläfer. Ja. Also, wenn ich schlafen könnte, dann schlafe ich. So. Steht mir per Zufall hier? Nein. Das ist ja aber der Fall, die falsche Insel für Gugetsu. Also, stimmt ja auch. Entschuldige, ja. Ich auch nicht. Ich muss um sechs Uhr aufstehen. Ja, das sollte ich auch schon los, ja. um die Uhrzeit. So. Was haben wir denn hier schön? Das können wir dann noch aufwerten, ne? Jawohl, machen wir mal. Baby Bamboo Schwert. Stufe 7. Steinbrecher, wow. Die haut rein. Bam. Und einmal noch den Shader upgraden, damit es so richtig, richtig stinkt. Dann noch eine Katze. Ja, das genau. Ein blödes Mautzin. So. Kind musst du schulen. Ja, das auch, ne? Nicht nur das. Auch ich muss zur Arbeit. Mir kommt, wie schön, dass du den Weitenwickler gefunden hast. Wir haben nur Zimmer mit toller Aussicht. Das freut mich. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass hier jemand steht, wo ich weiß, wie er heißt. So, dann machen wir das nächste Mal. Mr. Ratan. Ah, apropos, wo war denn der Shop? War der nur bei der Kobold-Siedlung? Hier gibt es keinen Shop direkt. Ja, bei der Kobold-Siedlung, ne? Ne, da gibt es auch keinen Shop. He, es gibt keinen Rüstungsladen? Es gibt, nein, es gibt, nur, es gibt, hier gibt es nur, äh, in der Kobold-Siedlung gibt es einen Händler. Achso, einen Händler nur. So einer, wo du verkaufen und kaufen kannst. Aber auch, okay, das interessiert mich gerade auch nicht. Jo, äh. Ich habe einen, äh, einen Schätzer. Achso, einen Schätzer, ja. Irgendwann muss er die Stromkosten bezahlen dieses Jahr. Ja, die sind der Hammer. Auf das fürchte ich mich auch schon. Ihr müsst euch vorstellen, wir heizen ja bei uns mit Fernwärme, ja. Und die haben jetzt für September gesagt, sie erhöhen, sie erhöhen es um 95 Prozent, die Kosten. Um 95 Prozent, das ist fast das, was ich jetzt zahle. Bei 100 ist das doppelt, ne? Also, das kann, man kann sie und Strom, Strom ist auch schon extrem toll. Also, das ist eine Frechheit, was die da abziehen, die zocken dich ab bis zum Geh-Nicht-Mehr, ne? Und Fernwärme ist ja beim Staatlich auch noch, ne? Sie schnüren andererseits Förderungspakete, ja? Ja, dass du Geld irgendwie retourkriegst, was eh nicht jeder kriegt. Und wahrscheinlich bleibt die Normalos eh auf der Strecke. Und, aber gleichzeitig erhöhen es die Fernwärme, die Heizkosten. Also, es ist, es ist abartig. Es ist gerade richtig abartig, was da abgeht, ja? Also, ich hoffe, das Ganze ist irgendwann mal vorbei, ja? Für uns alle. Aber im positiven Sinne, nicht negativ, jetzt bitte nicht, ja? Gut, wir speichern ab. Wird schon. Wird schon, wir werden überleben. So. Genau. Was, letztens hatten wir irgendwie den Scherz gemacht, ich speichern so oft ab. Kann das sein, ne? Vielleicht ein bisschen so, ne? Bin der Schnellspeicher. So. Dann hat es ein bisschen Speicher dran gehen. Lass mich doch. So, ich bin auch mal überlegen, ob ich die Ruinen lasse, damit wir das testen können. Wollt's schon nochmal? Nee, eben nicht. Ist eigentlich nicht so schlimm. Ehe nicht. Aber vielleicht, wenn wir mal Lust haben. Na gut, Leute, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal kommt ein sehr interessanter Storybogen. Ein ganz wichtiger Storybogen. Der uns so einiges dann in dem kommenden restlichen Spiel ermöglichen wird. Was es damit auf sich hat, ja, sehen wir dann im nächsten Part. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und, ja. Bleibt gesund. Schaut auf euch. Und bis zum nächsten Mal. Euer Togroom19. Ciao, ciao. Jo, bis zum nächsten kriegreichen Part von Sekunden 4. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.